Das Südburgenland, insbesondere die Bezirke Jennerstorf und Güssing, steht derzeit vor einer ernsthaften Herausforderung, da heftige Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt haben. Die Lage ist kritisch und viele Gebiete werden von den Wassermassen bedroht. Um den betroffenen Gemeinden zu helfen, hat das Jägerbataillon 19 mit insgesamt 144 Soldaten einen Einsatz im Burgenland begonnen. Insgesamt helfen nahezu 400 Kräfte des Bundesheeres, um lokale Einsatzkräfte zu unterstützen. Im Vergleich dazu scheint der Bezirk Oberwart von den aktuellen Hochwassersituationen wenig betroffen zu sein, was zumindest etwas Entlastung für diese Region darstellt. Allerdings erinnern sich die Bewohner des Südburgenlandes in dieser kritischen Phase auch an vergangene Hochwasserereignisse wie das Hochwasser in Zuberbach. Die Bäche in der Region sind derzeit voll und stehen kurz vor dem Überlaufen, was die Sorge für weiteren Überschwemmungen verstärkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017